Schön, dass du da bist und dich für diesen Beitrag interessierst. Im Gespräch mit ist eine Serie des Channeling-Kongresses und des Channeling-Portals, in dem wir gerne Referentinnen und Referenten des Kongresses und des Portals vorstellen möchten, dir näher bringen möchten und gleichzeitig auch immer ein Thema vertiefen. Und die Energieverdichtung, die Schwingungserhöhung, das ist Thema schon seit vielen, vielen Jahren. Und ich freue mich ganz besonders, heute über dieses Thema auch mit Tanja Matthöfer sprechen zu dürfen. Liebe Tanja, schön, dass du da bist. Ja, hallo lieber Kai, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Und ich begrüße natürlich auch alle Zuschauenden und Zuhörenden. So schön, dass ihr da seid. Ganz, ganz herzlich willkommen. Ja, Quantensprung, was nun heißt der Titel? Und ja, Tanja, ich meine, wir haben wirklich seit vielen, vielen Jahren immer wieder Energieschifts bekommen. Wir haben Energieerhöhungen bekommen. Es haben sich so viele Dinge gerade in den letzten drei, vier Jahren nochmal intensiv verändert. Für jeden spürbar. Seit den 80er Jahren im Grunde genommen ist ja so ein Prozess angelaufen, der seinen Höhepunkt vielleicht noch gar nicht mal erreicht hat. Aber wir haben im März diesen Jahres doch einen Quantensprung gehabt, von dem du auch sagst, das war was Besonderes. Was ist da für uns alle hier geschehen? Absolut. Genau wie du es gesagt hast, wir shiften schon seit 1987 tatsächlich immer höher und höher in den globalen Energieeinströmungen. Und mir ist dieser Sprung schon vor Monaten, also gegen Ende 2022, per Channeling mitgeteilt worden. So Achtung, da kommt etwas, etwas Wunderwunderschönes und auch etwas sehr Neues. Ich habe dann immer wieder dazu gechannelt, bin auch mit meiner kompletten Wahrnehmung reingegangen. Und es war lange Zeit nur so ein bisschen versteckt. Es hat also ein bisschen gedauert, bis man dann so die Einzelheiten besser wahrnehmen konnte. Und bei diesen globalen Schwingungserhöhungen wird immer eine Erhöhung eingebettet, die quasi global wirkt. So kann man sich das erstmal vorstellen. Das heißt, dieses Quantensprungpotenzial ist jetzt da. Und es ist seit dem 22.03.2023 tatsächlich aktiv. Es war vorher auch schon da, es wurde schon eingebettet. Die Schwingung kam sozusagen der Erdfrequenz unserer Schwingung oder unserer Realitätsschwingung hier näher und näher und näher. Am 22. merkte ich morgens auf einmal, als ich aufstand, so schwupps, jetzt ist was anders. Das fühlt sich völlig anders an, ganz andere Wahrnehmung. Und dann fange ich natürlich wieder an und gehe da rein und frage nach und lasse mir das dann erklären. So, was ist hier geschehen? Also erstmal ist dieses Quantensprungpotenzial da. Es ist global verankert. Das heißt, jeder kann davon profitieren. Die Schwingung, die es aussendet, die Informationen, die es aussendet, schwingen quasi global in diese Realitätsebene rein und zu jedem einzelnen Menschen. Was ist da drin? Per Channeling wurde mir erklärt, dass seit dieser Öffnung die Verbindung zum göttlichen Selbst leichter werden wird. Da sind sozusagen einige Schleier beiseite gezogen, aber man kann es noch ein bisschen genauer beschreiben. Die Rückverbindung zu unserem wahren Wesenskern, zum göttlichen Selbst wird leichter möglich. Man kommt leichter mit diesen hohen Energien in Kontakt, weil dieser Sprung bewirkt oder dieses Potenzial bewirkt, dass der Klebstoff jetzt nach und nach aufweicht, der unseren Fokus im Leid und in der Dualität und im Problem sozusagen hält, in diesem Problembewusstsein. Wir haben viele, viele hunderte von Leben mitunter auf der Erde erlebt. Wir haben viele karmische Verstrickungen mitunter mitgebracht, viele uralte Verletzungen. Und das kreiert so etwas wie eine Schwerkraft. Also so nehme ich es wahr. Das ist wirklich eine schwere, sehr saugende Energie. Auch eine sehr verführerische Energie tatsächlich, habe ich festgestellt. Wir sind es hunderte von Leben gewohnt gewesen, uns dort zu bewegen. Wir haben unser göttliches Selbst vergessen, haben uns abgetrennt davon und sind voll und ganz in dieses Dualitätserleben eingetaucht. Es gibt jetzt Gut und es gibt Böse und es gibt diese beiden Pole, die ich jetzt auch extrem bewerte. Es ist ganz gut und ganz böse und guter und noch böser und dazwischen pendeln wir ja immer. Ziel und Lerneffekt ist es, den Ausgleich zu finden hier auf der Erde. Und wir waren da drin schon ziemlich festgepappt. Es gibt ja wunderbare Tools, um sowas aufzulösen. Aber man kommt ja auch eben aufgrund dieser Schwerkraft nicht mal einfach eben so raus, indem ich jetzt einfach sage, so ab heute habe ich kein Karma mehr. Das hat wahrscheinlich auch schon der ein oder andere Mal versucht. Aber so funktioniert es ja leider auch nicht. Es muss nicht schwer sein, aber ein bisschen was braucht es halt schon, um da rauszukommen. Und das wird leichter, weil dieser Klebstoff, diese Schwerkraft, die wird dadurch mehr und mehr aufgeweicht. Das heißt leider nicht, dass die von heute auf morgen weg ist. Das auch nicht. Weil diese Quantensprungpotenzial oder Energieerhöhung, die wirken wirklich so schrittweise. Sie strahlen immer mehr rein und dann liegt es auch völlig am einzelnen Menschen, inwieweit er das annehmen kann. Manch einer, der jetzt schon ein bisschen länger so auf dem Weg auch der Selbstreflexion, der Heilung ist und sich da schon aus einigen befreit hat, der ist ja schon in einer höheren Schwingung, der wird das leichter annehmen können und stärker und schneller davon profitieren können, als Menschen, die jetzt noch total in der Verletzungsebene feststecken und noch nie auf andere Möglichkeiten gekommen sind oder auch gar kein Bewusstsein darüber haben, dass es Lösungsmöglichkeiten gibt, dass man Verletzungen heilen kann, dass es innere Haltungen gibt, Herangehensweisen, Tipps und Schritte, wie man da eben rauskommt. Wer überhaupt nichts davon weiß, der klebt wirklich in dieser Schwerkraft, in diesem Sog noch voll drin. Für den wirkt es auch, aber der wird es wahrscheinlich nicht so gut oder nicht so schnell und nicht sofort so empfangen und davon profitieren können. Das ist aber nicht schlimm. Jeder geht den Weg immer in seiner Zeit. Das ist auch kein Wettrennen, sagen meine geistigen Lehrer immer von oben. Also bitte nicht, dass sich da jetzt irgendjemand Stress mitmacht, weil man darf auch nicht vergessen, die Erfahrungen eben noch in dieser Schwerkraft zu sein, in Verletzungen zu stecken. Es ist auch eine wertvolle Erfahrung. Auch das kreiert Weisheit. Und es kann sein, dass der ein oder andere ganz bestimmte Erfahrungen, auch wenn sie auf der Verletzungsebene stattfinden, einfach noch zu Ende erleben möchte, auf irgendeine Weise abschließen möchte, bevor eine Stufe in die Hörschwingung geht. Und ja, ich hoffe, ich konnte es so ganz gut erklären, weil ich glaube, da gibt es auch immer viele Missverständnisse mit, dass manchmal vielleicht gemeint wird, jetzt ist so ein Sprung eingebettet. Jetzt muss ich doch sofort für alle etwas verändern. Und das ist eben leider, leider nicht so. Ja, aber es hilft. Es hilft wirklich. Und wer da schon eine Wahrnehmung hat, wird auch festgestellt haben, es ist ein Bewusstseinsraum, ein Feld da von viel mehr weiter als vorher, von mehr Leichtigkeit. Es ist flowt besser, es ist flowiger, weicher. Und die Impulse vom göttlichen Wesenskern können einfach leichter ankommen, weil sie nicht mehr ganz so stark von dieser Schwerkraft, Sogkraft, abgeblockt werden. Ja, ich finde, das hast du wunderbar dargestellt. Und damit wird nochmal deutlich, dass es eben zwei Dinge sind, die hier sich miteinander vermischen. Eben das, was für alle wirkt auf diesem Planeten, in dieser Konstellation. Dann aber auch das Individuelle, was eben diesen Unterschied macht, wann es für wen welche Folgen letztendlich auch hat. Aber die Möglichkeiten insgesamt, wenn ich die richtig verstanden habe, sind für alle erstmal grundsätzlich mehr da, leichter da. Und jetzt ist die Frage, okay, was mache ich draus sozusagen, ja? Ganz genau. Was man vielleicht auch noch sagen kann, ist, die Seelen, die jetzt reinkommen in der zukünftigen Zeit, also Kinder, die quasi jetzt nach dem 22.03. beginnen zu inkarnieren, denn die kommen ja schon in dieses geöffnetere Energiegefüge rein. Das heißt, die haben es leichter. Die haben es von Anfang an leichter, eine Verbindung zu ihrem göttlichen Selbst zu halten. Und diejenigen, die so in den letzten 10 oder 20 Jahren reinkamen, die haben es auch schon deutlich leichter gehabt als diejenigen, die irgendwie Jahrgang 1940, 50, 60, 70 sind. Ab 87 fingen diese Energieerhöhungen wirklich sukzessive an. Und ab da wurde es leichter. Und je später man inkarniert ist, desto mehr konnte man von diesen Öffnungen schon profitieren. Man hat nicht so viel vergessen. Man konnte die Rückerinnerungen teilweise leichter bewahren als die Jahrgänge zuvor. Und das hat nichts mit dem eigenen Können, Vermögen oder Unvermögen zu tun, sondern hat eben auch etwas mit dem globalen Energiegefüge tatsächlich zu tun. Nun, wir haben aber eben auch andere Erfahrungen gewählt. Ja, es ist jetzt nicht zufällig gewesen, dass jemand sein Geburtsdatum 1960 ausgewählt hat oder eben 1995. Das hängt natürlich auch damit zusammen. Was möchte die Seele gerne erfahren? Ja, es ist auch wie so eine Verzahnung, die ich immer wieder feststelle. Also wir sind ja beide so ein Jahrgang und in unserem Jahrgang gibt es aber auch ganz viele, die eben jetzt gerade in dieser Zeit wunderbare Schritte gehen können, die sich über Jahre, wo wir darauf gewartet haben, förmlich. Ja, also wir können eben diese Geschichte ja erzählen vor 1987 auch, wo wir uns vielleicht noch sehr fremd gefühlt haben. Und das schwindet immer mehr. Also auf der einen Seite trifft man immer mehr Menschen, mit denen man selber in Resonanz kommt. Also diese gesamte Geschichte, dieses gesamte, diesen Horizont zu überblicken, ist auch eine Qualität, was Mitgefühl für alle anderen auch wieder natürlich stärkt, die jetzt eben auch auf ihren Entwicklungsprozess da sind, wo andere vielleicht vor 10, 20 Jahren waren. Und insgesamt würde ich aber sagen, Tanja, dass jeder, der sich eben auf diesen Weg macht, ja jetzt noch viel mehr Unterstützung und Möglichkeiten hat, als wir die meinetwegen 1990 hatten. Das stimmt, absolut. Also wir beide profitieren von allen, die in den letzten, also bevor wir reingekommen sind, Jahrzehnten und Jahrhunderten ja auch gewirkt haben. Da waren ja schon ganz viele, die auch viel meditiert haben, gearbeitet haben, Verletzungen geheilt haben, um eben diese Rückverbindung zum höheren Bewusstsein überhaupt wieder öffnen zu können nach dieser ultra, ultra tiefen Abtrennung, in die unser Bewusstsein ja gerutscht war. Denen können wir sehr dankbar sein. Alle, die nach uns kommen, die sind wiederum rückwärts dankbar, weil jeder bereitet die neuen Schritte hier auf der Erde mit vor. Genau. Und so schön, also du hast es wunderbar gesagt, es bringt einen auch ins Mitgefühl für alle, die die Schritte noch gehen. Genau. Aber es wird auch eben leichter. Das stimmt. Das heißt jetzt nicht, dass es ein Kinderspiel ist, dass sich jetzt alle Verletzungen von selbst heilen. Also man sollte es jetzt auch nicht runterspielen, weil ich möchte nicht, dass jetzt jemand hier ein schlechtes Gefühl bekommt und das so versteht. Da wurde gesagt, jetzt ist es doch leichter. Aber warum tue ich mich immer noch so schwer? Das hat auch natürlich was mit der Qualität der Verletzungen zu tun. Auch mit, hast du ein gutes Know-how? Hast du Heiltools, um dir da selbst raushelfen zu können? Oder hast du einen Heiler irgendwo an der Hand, einen Therapeuten, der dich da rausbringt? Dann wird es ja auch leichter. Wenn man da so richtig drin feststeckt und auch nicht weiß, wie soll man rauskommen, ist es ganz und gar nicht leicht. Und da helfen auch alle globalen Energieöffnungen nicht. Man kann die nicht empfangen, wenn man so feststeckt. Das liegt mir sehr am Herzen, dass sich da jetzt bitte niemand schlecht fühlt oder meint, ich mache irgendwas falsch oder so. Das stimmt nämlich wirklich nicht. Ja, und dieses leichter gehen würde ich auch noch erweitern. Letztendlich, dass ja Dinge, die nicht mehr passen, plötzlich sichtbarer werden. Das ist natürlich dann erstmal nicht unbedingt leicht, weil es Schmerzen ja auch verursacht, weil ich Dinge erkenne, die ich vorher Jahrzehnte nicht erkannt habe. Aber das gehört für mich auch damit rein, in diese Schwingungsqualität, dass Dinge sichtbarer werden. Das haben wir ja auch in den letzten Jahren ganz deutlich gesehen, dass hier Illusionen geplatzt sind. Und dass es natürlich wahrlich auch sehr schmerzhaft sein kann, ist klar. Das heißt, das ist nicht unbedingt eine leichte Zeit, aber es wird uns leichter gemacht, die Illusionen zu erkennen. Also das ist ja leicht, ist für mich nicht unbedingt alles easy. Ja, sondern leicht würde ich sagen, es wird deutlicher gemacht. Es wird, es wird, es geht, es ist so ein, wie so ein Wecker, der klingelt. Das ist erstmal nicht gerade angenehm, wenn man einen Wecker hört, der klingelt. Aber ich bin aufgefordert, mich zu fragen, was mache ich hier überhaupt? Und dann wird mir klar, okay, ich habe geträumt oder ich bin einer Illusion erlegen gewesen. Und das ist natürlich erstmal unangenehm, aber da steckt so viel Potenzial drin. Und dann wird es kraftvoll, dann wird es eben, ja, wie soll ich sagen, dann wird es ein Wunder auf einmal, weil ich, wenn ich mich bewege, und da ist dann die persönliche Komponente, denke ich ja, gefragt, also jeder Einzelne, sage ich ja. Ja, so, und wenn ich ab dem Punkt, also dann habe ich ja das Unangenehme schon durchschritten sozusagen, wenn ich Ja zur Veränderung sage, dann greift aber auch wieder dieses Leichtere, weil auf einmal, und das sehen wir ja, viele Menschen haben gesagt, so geht das nicht weiter, ja. Ich fühle, ich bin ja im falschen Beruf oder ich fühle, ich bin in einer falschen Beziehung oder ich fühle das Umfeld. Ich meine, wenn wir nur denken, wie viele Freundesverhältnisse sich in den letzten Jahren gelöst haben, dafür aber wundervolle neue wieder entstanden sind. Also diese Veränderungen, die waren sicherlich sehr schmerzhaft, aber auf der anderen Seite jetzt umso fruchtbarer, oder? Absolut, das hast du wunderbar erklärt, wirklich Hammer. Und genau, wie du es gesagt hast, die Schwingungen gehen höher und das heißt immer, es fällt mehr Licht auf alle Verletzungen, Blockaden, die noch da sind. Sie werden spürbarer, genau. Menschen merken auf einmal, hups, der Job, oder die Arbeitsstelle vielleicht besser, die ich hier habe, die macht mich eigentlich schon länger nicht mehr glücklich. Jetzt sollte ich doch endlich mal wechseln. Oder von einem Angestelltenverhältnis vielleicht auch in eine Selbstständigkeit gehen. Oder auch wieder umgekehrt, wie auch immer, was einen halt glücklicher macht. Oder mehr Freizeit leben, sich intensiver mit der Familie einfach zusammen sein, mehr Familienzeit sozusagen verbringen. Das wird einem bewusster durch diese Energieanhebung. Und das ist, genau, das ist wertvoll und wichtig, weil dann bekommen wir auch den Impuls, jetzt endlich mal was zu verändern. Genau, und dann können wir da voll mitflown und die Geschenke so herrlich empfangen. Das ist dann eine Lebensveränderung, eine ganz starke. Ganz genau, absolut. Bevor wir jetzt auch vielleicht dazu kommen, was wir tun können, ganz aktiv, haben wir schon gerade ein bisschen angerissen, würde ich gerne noch eins im Zusammenhang noch mal verstehen, wie du das einschätzt. Und zwar, dieser Quantensprung in diesem Jahr, man verbindet das ja auch, man hat immer früher von einer kritischen Masse gesprochen. Und wenn man das so mit so einer Wippe sieht, dann bewegt die sich langsam in eine Richtung und irgendwann kommt so ein Kipppunkt und dann geht es schneller. Würdest du das, was in diesem Jahr geschehen ist, mit so einer Definition auch verbinden? Oder ist das noch was anderes aus deiner Sicht? Das Quantensprungpotenzial, was jetzt im März geschehen ist, ist sehr, sehr, sehr bedeutend. Also das kriege ich eindeutig. Meiner Wahrnehmung nach reicht es leider noch nicht so ganz aus, um es so ganz kippen zu lassen. Mir wird immer wieder gesagt, es kommt wirklich auf jeden Einzelnen an. Was macht ihr draus? Wie geht ihr mit? Jeder hat sein Tempo und das bestimmt auch letztendlich die Zeit. Und das wird auch irgendwann diesen Kipppunkt bestimmen. Das ist im Prinzip eine Gruppenentscheidung aus unserem Massenbewusstsein heraus. Das macht jetzt kein Engel, kein Meister oder sonst irgendwie eine externe Quelle von außen. Die sagen so, jetzt klingelt aber mal der Wecker. Morgen ist es soweit, jetzt kippt es hier endlich. Jetzt sind alle wach. Also so darf man sich das leider nicht vorstellen. Das wäre jetzt schön, das wäre vielleicht hilfreich. Das ist sicher etwas, was sich viele wünschen. Ich habe mir das früher auch immer gewünscht. Ich habe als Kind schon für den Weltfrieden gepredigt. Nachts, wenn ich so im Bett lag und wach wurde, habe ich mich immer auf so einem Podium stehen sehen. Ich habe für den Weltfrieden richtig gepredigt. Das lag mir da schon total am Herzen. Aber ja, es funktioniert leider etwas anders. Oder was heißt leider? Vielleicht auch gut so, weil jeder darf in seinem Tempo mitgehen. Man kann ja niemanden zwingen und jeder darf wirklich auch alle Zeit der Welt haben, um Veränderungen für sich zu erkennen, zuzulassen, den Impuls zu kriegen. So jetzt, jetzt wechsle ich oder jetzt mache ich das mal anders. Und weil erst dann ist auch die Erfahrung abgeschlossen. Man kann ja niemanden durchschubsen mit Gewalt. Das wäre ja völlig, völlig verletzend. Das wäre überhaupt nicht in der Liebe. Und das sagen sie mir immer wieder von oben. Deshalb hat es eben auch diesen Freiraum jeder in seiner Zeit. Nur jetzt seit dem März ist es also definitiv ab jetzt, es wird für die kommenden Zeiten und Generationen leichter, sich mit dem göttlichen Selbst rückzuverbinden. Das ist ganz klar da. Ja, also das ist deutlich offener, als es jemals zuvor war. Da geht sicherlich immer noch mehr. Ja, aber das ist schon eine gewaltige Öffnung, die auch Erleuchtung sehr, sehr stark unterstützt. Wer keine Erleuchtung gewählt hat oder noch nicht, kommt eben sicherlich leichter in Kontakt, auch mit guten Gefühlen wie Leichtigkeit, weite Freude und dass Möglichkeiten leichter erkannt werden können als vorher. Dass man sich eben nicht mehr so festgebacken fühlt und sagt, okay, der Job, den ich hier seit 30 Jahren mache, der gefällt mir schon seit 30 Jahren nicht, aber ich habe mir nie getraut. Es ging nicht. Ja, ich habe das Geld gebraucht oder sonst was. Und das sind jetzt so Schleier, die können durch diese Öffnung leichter weggezogen werden. Dass man dann sagt, wieso will ich jetzt noch weiter leiden? Das war jetzt 30 Jahre, war das kein Beitrag für mich. Also jetzt ist mir das aber sowas von sonnenklar. Jetzt mache ich was anderes. Das wird leichter auf jeden Fall. Oder leichter zu erkennen. Das hattest du auch schon sehr schön geschildert mit dem. Die Veränderungen werden bewusster, nicht die Veränderungen. Die Missstände werden bewusster, dass wir eben in die Veränderung kommen. Wird auch global sichtbar in den Ländern, in den Völkern. Das erleben wir schon seit Jahrzehnten auch, seit diesen Erhöhungen. Das, was so eben nicht in der Liebe ist, nicht in der Harmonie ist, wird immer sichtbarer. Das kommt einfach an die Öffentlichkeit. Und das ist gut so. Ja, also eine wunderbare Situation, in der wir uns befinden. Und trotzdem haben wir natürlich, haben wir vorhin auch schon gesagt, viele Situationen, auch ich kenne die natürlich in meinem Leben, wo ich sage, oh mein Gott, was soll das jetzt alles? Und wenn ich rausgucke oder wieder irgendwo eine Information bekomme. So, jetzt bin ich da drin, habe aber dieses Potenzial im Grunde genommen um mich herum. Und trotzdem gibt es da noch ganz viele Einflüsse, die mich auch wieder runterziehen können. Was kann ich selber tun, um jetzt dieses Potenzial optimal zu nutzen? Also Quantensprung, super, den haben wir jetzt durch, so. Aber was mache ich jetzt damit? Genau. Die einfachste Lösung erstmal, um Klarheit für sich zu bekommen, ist sicherlich, es ruhig mal aufzuschreiben. Wie hätte ich es denn jetzt gerne in meinem Leben? Wie möchte ich es gerne haben? Wie stelle ich mir mein Leben denn eigentlich vor? Also da gibt es hoffentlich auch schon Dinge, die jetzt schon toll sind, wo ich sage, yes, da kann ich Haken dran machen. Der Lebensbereich, der läuft super, schon hoffentlich lange und da bin ich glücklich, da bin ich erfüllt. Das können wir so lassen. Das darf so bleiben oder noch besser werden, aber da ist schon das Optimum schon da. Und dann gibt es aber eben wahrscheinlich andere Bereiche, wo wir sagen, wenn das mal nicht wäre, dann würde mir das Leben doch mal viel mehr Spaß machen. Und da dürfen wir eben gucken und uns fragen, okay, wenn ich das Alte jetzt so nicht mehr haben möchte, wie es bisher war, wie hätte ich es denn dann gern? Und dann darf man auch träumen und sich trauen, darüber hinaus zu gehen, weil da kommen meistens schon die ersten Glaubenssätze hoch wie, ja, das geht ja nicht, kann ja nicht einfach meinen Job verlassen, woher soll denn dann das Geld kommen? Ja, was, wenn es doch geht? Es gibt immer Möglichkeiten. Ich liebe es, bewusste Realitätsgestaltung zu unterrichten, weil es ist auch gar nicht mal schwer. Man kann darüber hinausgehen, man kann sich Ebene für Ebene tatsächlich selber höher katapultieren, in immer höhere Schwingungen rein, in immer mehr Magnetkraft für das, was man wirklich gerne möchte und kann sich das auch tatsächlich in der Realität kreieren. Genau, also möglich ist es. Und da wäre mein Tipp, eben sich überhaupt erst mal bewusst zu machen, wie hätte ich es denn jetzt gerne? Was darf sich wohin verändern und dann eben auch bereit sein, eine Veränderung zuzulassen? Ja, es mir klar wird, sehr, sehr bewusst, so möchte ich das nicht mehr haben, das strengt mich an, es laugt mich aus, das nimmt mir die Lebensfreude. So hätte ich es gerne, so wie komme ich jetzt dahin? Welchen nächsten Schritt kann ich gehen? Ich bin bereit, es zu tun. Ich bin bereit, diese Kündigung, diesen Schritt, das was auch immer zu tun. Das erfordert ja auch ein Stückchen Mut. Alles klar, da kommen Ängste hoch. Wir waren da in einem Gefüge über Jahre, Jahrzehnte. Das bietet eine vermeintliche Sicherheit. Alle Anteile von uns möchten gerne da drin bleiben, weil es vermeintlich sicher ist, auch wenn es überhaupt keinen Spaß macht, aber Hauptsache sicher, das ist ganz oft so der Fall. Und sich das eben klar machen, nee, das ist niemals eine echte Sicherheit. Das ist einfach, das ist diese Schwerkraft, dieser Sog, der einen in der Leidensebene einfach drin hält. Und das ist kein Beitrag so. Wie komme ich da raus? Genau. Positive Gefühle üben, neue Entscheidungen treffen, wirklich neue Wahlen treffen. Wie hätte ich es jetzt gerne? Ja, also diese Vorstellung, sich aufzuschreiben oder eine Mindmap zu machen mit Bildern, was man sich wünscht, das ist ja eine gute Möglichkeit, positiv sich erstmal auszurichten. Jetzt hast du aber auch von der Angst gesprochen. Das ist ja wie so eine Bremse dann. Also wenn ich mir vorstelle, ich sitze im Segelboot und möchte gerne die Segel setzen, toller Wind, alles super, aber der Anker ist nicht eingeholt, dann bewegt sich da wenig oder alles nur sehr schleppend und mühsam. Wie kriege ich den Anker gezogen? Also wie komme ich raus aus dieser Angst und rein? Ja, wo rein eigentlich? In Urvertrauen? Ja, in Urvertrauen und in eine neue Realität. Das ist eine sehr schöne Frage nachher. Wie kann ich die Angst denn lösen? Und die lässt sich tatsächlich nicht pauschal beantworten, weil es gibt mehrere Möglichkeiten. Es gibt einmal wunderbare Heiltools, die einen ganz schnell da rausholen können. Ich unterrichte ja geistiges Heilen. In meiner Ausbildung für die Realitätsgestaltung sind auch Heiltools drin, weil ich diese Stolpersteine nämlich kenne. Und das ist genauso, wie du sagst, du willst los in was Neues und der Anker hängt hinten noch im Wasser. Genau. So jetzt ist gut, wenn ich ein Heiltool habe, dass ich das innerhalb von Sekunden oder wenigen Minuten wirklich schnell auflösen kann und dann auch losfahren kann. Das ist zum Beispiel schon ein Ergebnis der letzten Jahrzehnte Schwingungserhöhung. Die Heiltools sind viel schneller geworden, das ist nämlich auch deutlich wahr. Viele Heiltool-Versionen, die ich früher hatte, die sind in so eine High-Speed-Variante in den letzten drei, vier Jahren gekommen. Man kann die Sachen viel schneller auflösen. Das haben wir den vergangenen Erhöhungen auch zu verdanken. Die Leute können das auch annehmen. Jetzt ging es früher nicht. Eine weitere Möglichkeit ist es, in positive Gefühle sowieso immer zu gehen. Das ist immer so mein Ratschlag Nummer eins, um überhaupt mal einen Start reinzukriegen. Dadurch kann ich quasi stückchenweise über die Angst hinausgehen, indem ich meinen Fokus nicht mehr voll und ganz in der Angst halte, sondern ihn umtrainiere auf ein positives Gefühl. Das ist auch eine Möglichkeit. Kriegt aber nicht immer jeder hin. Und da ist es eben unterschiedlich. Manch einem gelingt das sehr gut und sehr schnell. Manch einer probiert das und kippt aber trotzdem immer wieder zurück, wo es dann einfach hilfreicher ist, mal irgendwo die Wurzeln schnell aufzulösen, dass er dann leichter vom Fleck kommt. Deshalb kann man das leider nicht pauschal beantworten. Aber ich denke, die Tipps, die ich jetzt gegeben habe, sind sicherlich auch schon sehr hilfreich. Und einen letzten Tipp vielleicht noch. Das ist jetzt so eine Sache, um sich da noch mal bewusster zu werden. Angst beruht auf Verletzungen. Sie kann aber auch zur Ablenkung werden. Angst ist natürlich auch ein prima Ablenkungsmanöver. Und wenn ich es jetzt böse sagen würde, eine Ausrede, mich nicht zu verändern. Den Schritt gehe ich nicht. Ich habe solche Angst. Ich bleibe lieber hier stehen. Ich kann es verstehen. Ich habe früher auch viele Ängste gehabt. Total. Ich weiß, was es bedeutet, Angst zu haben. Ich habe auch Panikattacken erlebt. Da macht man einfach nicht mehr viel in so einer Panikattacke. Das muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Es kann eben sehr stark sein. Und dann fällt es dem einen oder anderen nicht so leicht, darüber hinaus zu gehen. Da ist dann wirklich Know-how, Heiltools mal gut und wichtig, um da schnell rauszukommen, um sich nicht lange aufzuhalten. Vielleicht auch schon dieser Bewusstseinskick. Erlaube diese Ablenkung nicht mehr. Wenn die nächste Angst hochkommt, hallo, liebe Angst, wovon möchtest du mich denn gerade ablenken? Und wie hätte ich es denn gerne? Wo möchte ich denn hin? Und da gehe ich jetzt hin. Was, wenn es so einfach sein kann? Ja, sehr schön. Ja, und dann entsteht eben auch mehr Vertrauen in das Leben. Und ich erfahre selber bei mir ja auch, wenn man in diesem Flow ist, von dem du vorhin schon gesprochen hast, dann ergibt sich ja dieses Urvertrauen aus diesem Flow heraus, weil ich ja sehe, okay, es bewegt sich alles. Es verändert sich was. Es entsteht was Neues. Ich lebe noch, ja. Weil so die Urangst ist ja auch irgendwo, glaube ich, in der Angst vor dem Tod begründet. Und wenn dann auch das Bewusstsein noch mal wachsen kann in uns, ja, wer lebt hier eigentlich in diesem Körper? Das ist ja die unsterbliche Seele, ja, das göttliche Wesen im menschlichen Kleid. Das heißt, wir sind ja eh unsterblich. Also, ja, das ist so. Es hat ja auch keiner Panik, wenn er abends die Augen zuschmacht und schlafen geht, ja, dass er morgen nicht wieder aufwacht. Also, obgleich das natürlich auch passieren könnte. Aber das ist für uns so ein Tag. Es ist einfach ganz normal. Und dann kommt halt die Nacht. Und für uns ist ein Leben im Grunde genommen nur eine Skalierung von vielen, vielen Tagen, an dem Ende wir dann wieder die Augen schließen, vielleicht aber auch öffnen und uns im wahren Sein befinden, um dann wieder genau in das Leben einzutauchen. Du hast ja schon von vielen Leben auch gesprochen. Also, ja, Bewusstsein kann uns da vielleicht auch helfen, weil das alles völlig relativiert. Bewusstsein ist der Schlüssel, immer. Ja, definitiv. Genau, das sehe ich auch so. Hast du auch wunderbar erklärt. Genau, wir sind unsterbliches Bewusstsein. Und wir wissen das auch tief in uns. Denn sonst müssten wir eigentlich wirklich jeden Tag Panik haben. Oh Gott, kann ich gleich sterben? Kann es gleich zu Ende sein? Hast du ja so schön gesagt. Sehe ich auch so. Genau, also irgendwo ist dieser Teil doch in uns geblieben, der sagt, nee, nee, komm, du hast so eine gewisse Spanne. Lebe die mal. Und deshalb sind wir dadurch auch sehr gechillt. Das ist nur angenehm. Da funktioniert die Verbindung noch. Und man kann die Verbindung für sein ganzes Leben hinbekommen. Dass man wirklich, man kann es lernen, in einfachen Schritten, in seinem Bewusstseinsraum das mitzuteilen, was man wirklich gerne hätte. Ohne, dass die Verletzungsebene aus dem Unterbewusstsein so unbewusst mitkreiert. Das kreiert nämlich so den Misthaufen, den wir im Leben sehen, die ganzen Baustellen, wo wir sagen, ach, ja, wie ist das nur dahin gekommen? Warum? Das habe ich so aber nie gewählt. Nee, nicht bewusst, aber unbewusst. Da kreiert die Verletzungsebene Metsohn. Das kann man aber eben verändern, indem man seinen Bewusstseinsraum ins Spiel holt, lernt, wie kann ich dem mitteilen, was ich wirklich möchte, ohne dass sich das Unterbewusstsein einmischt. Ja, und wenn so ganz hartnäckige Dinger sind, wie kann ich die auflösen, dass sie sich spätestens dann nicht mehr einmischt? Und wie kann ich dann einfach immer wieder darüber hinausgehen? Und wenn wir größere Dinge verändern wollen, wirklich Lebensveränderungen haben wollen, kommen immer Ängste hoch. Das ist normal. Das hat jeder Mensch. Du hattest auch schon gesagt, das ist sowas wie diese Urangst vor der menschlichen Sterblichkeit. Aber das betrifft ja nur das Menschsein, nicht unser Bewusstsein, das in diese menschliche Hülle geschlüpft ist. Und ja, was, wenn man komplett drüber hinausgehen kann, das Leben genießen kann und feiern kann und es wirklich ganz bewusst gestalten kann, ohne Ängste, ohne dass hinten noch der Anker drin liegt. Und das funktioniert. Das funktioniert wunderbar. Und es ist gar nicht mal schwer. Ja, nun sind natürlich in dieser Energieerhöhungszeit und dem, was wir gerade erleben, schlagen die Wellen ja draußen, sage ich jetzt mal außerhalb von mir, immer höher, natürlich auch innerlich, also auch in mir dementsprechend, weil das ist ja wieder ein Spiegel auch meiner selbst. Welche Rolle spielt aus deiner Sicht, das zur Ruhe zu kommen, also mal sich ganz abzukoppeln von der Außenwelt, also mal, ja, vielleicht in Meditation zu gehen, mehr in die Mitte wieder zu sich zu finden. Welche Rolle spielt das aus deiner Sicht? Ganz wichtig, ist auch ein ganz wichtiger Schlüssel. Unser Bewusstsein ist ein Schlüssel, weil unser Bewusstsein erschafft aus Energie unsere Realität. Wir sind keine Energiewesen, wir sind Bewusstseinswesen. Wir kreieren mit Energie, die unendlich vorhanden ist. Das ist eine gute Nachricht, oder? Damit dürfte jeglicher Mangel aufhören. Wir nehmen niemandem etwas weg, wenn wir kreieren. Ganz genau. Und Entspannung ist dabei total wichtig, weil wenn ich sehr stark im Kopf unterwegs bin, sehr stark nachdenke, sehr stark nachgrüble, bin ich immer mit meiner Verletzungsebene in Kontakt. Und da kommen auch negative Emotionen hoch. Alle negativen Emotionen, kann man wirklich sagen, sind kopfgebacken. Die entspringen im Gehirn und kommen aus unseren unverheilten Wunden dort hinein. Alles, was wir in diesem Leben oder auch in unserem vergangenen Leben nicht verarbeiten konnten, emotional, nehmen wir in zukünftige Leben wieder mit hinein. Das erklärt auch so manch eine unglückliche Kindheit. Warum werden Menschen oftmals in sehr schwierige Umstände hineingeboren, schon als Baby, während andere in ganz andere Nester kommen, die Glückspilze scheinbar. Und das liegt in den vergangenen Leben begründet, in den Wunden, die noch offen sind. Das ist da die Magnetkraft, Magnetkraft, die uns dann in solche Lebenskonstrukte wieder reinzieht. Und bin ich viel im Kopf unterwegs, viel im Nachdenken, kommt immer wieder die Verletzungsebene mit rein, gehe ich in die Entspannung, lasse ich meine Aufmerksamkeit vom Kopf in den Körper sinken, dann komme ich in positive Gefühle rein. Immer stärker, immer stärker. Und dann kommt auch erstmalig Entspannung. Im nachdenkenden Verstand komme ich eher in die Anspannung und in schlechte Gefühle und unsere Gefühle kreieren. Die Gefühle sind quasi wie das Werkzeug, das jetzt Energie in unsere Realität zieht. Also unser Bewusstsein, das ist unser wahres Sein. Wenn ich gute Gefühle aussende, lenke ich Energien in eine für mich beitragende Richtung, so wie ich es gerne hätte. Dann entstehen die Lebensschöpfungen, die mir richtig viel Freude machen, die richtig cool sind. Und wenn ich aber hier viel im Grübeln unterwegs bin und ach und gestern und die Sorgen von morgen und überhaupt und das und wie wird es und da und da tut es noch weh, dann kommen negative Gefühle und kreieren Überraschungen mehr davon. Sie kreieren mehr Schmerz, mehr Feststecken. So funktioniert dieses ganze Spiel. Und deshalb ist Entspannung immer ein Riesenbeitrag, eine ganz, ganz wichtige Grundlage, ein ganz, ganz wichtiger erster Schritt, um generell eben in bessere Gefühle zu kommen, bei sich anzukommen und auch damit unsere Realität einfach sich viel leichter verändern kann und auch positiv verändern kann. Ja, das ist sehr schön. Und du hast es mit dem Kopf gerade nochmal angesprochen, wenn wir zu sehr im Kopf sind. Du hast ja einen sehr schönen Online-Kurs kreiert, Im Herzen sein. Welche Bedeutung in dem Zusammenhang jetzt auch ist das wirklich rund um die Uhr idealerweise im Herzen sein für dich? Ja, absolut, weil es genau positive Lebensumstände mit kreiert. Wenn wir in diesen wunderschönen, sanften Herzensgefühlen sind, das sind keine Gefühle, die einen jetzt rückwärts vom Stuhl hauen, sondern es ist sanft, es ist wohltuend. Da schwingen Liebe und Freude im Herzen. Das sind unsere tatsächlichen Kernherzensqualitäten. Und dieser Kurs ermöglicht ja Herzensverletzungen zu heilen, Traumata zu heilen, die das Herz vielleicht noch blockieren. Es sind viele Schwingungserhöhungen drin, Know-how. Was kann ich im Alltag tun? Wie kann ich mich umtrainieren in ein gutes Gefühl, in das Herzensgefühl? Ich rolle dadurch sozusagen einen roten Teppich in meinem Leben aus, über den ich in Leichtigkeit jetzt schreiten kann und sende immer mehr und immer stärker diese Resonanz von Freude und Liebe aus und ziehe dadurch auch Freude und Liebe in Begegnungen und in Situationen an. Und deshalb finde ich, das ist einfach ein Riesenbeitrag. Das ist eine absolute Grundlage für ein wirklich glückliches, erfülltes und zufriedenes Leben. Die Dinge gehen viel leichter, die innere Haltung verändert sich. Ich komme aus dieser Schmerz- und Leidensebene raus und erkenne dann auch viel mehr Möglichkeiten. Das ist das, was es bedeutet, im Herzen zu sein. Ich gehe in eine andere Haltung hinein. Und wenn dann Sachen kommen, die ich vielleicht nicht so gerne mache, jetzt geht es darum, Fenster zu putzen oder Staub zu saugen, das sind Sachen, die mache ich nicht ganz so gerne. Nicht, dass sie nicht toll werden. Das ist ja nur meine Bewertung, wenn ich sie nicht gerne mache. Andere lieben das. Es gibt Menschen, die das lieben. Das ist toll. Wenn ich aber in dieser Haltung reingehe, ach, das ist alles doof, Fenster, oh nein, jetzt muss ich Fenster putzen, ach, und dann schiebe ich das. Und dann wird es zu so einem Leidens- und Qualerlebnis. Wenn ich aber generell im Herzensgefühl gut verankert bin und positive Gefühle fleißig geübt habe und da sehr gut drin verankert bin, dann macht das Fensterputzen auf einmal Spaß. Dann kann ich immer noch wählen und sagen, okay, ich wähle jetzt, ich möchte jetzt nicht acht Stunden am Tag Fenster putzen oder ich möchte sie auch in meiner Wohnung, in meinem Haus überhaupt nicht mehr putzen. Aber wenn ich sie putze, dann habe ich Spaß dabei, weil dieser Zustand einfach in mir dauerhaft verankert ist. Und das ist das, was die Herzensöffnung bewirkt. Und der Alltag geht viel leichter von der Hand. Die ganze Haltung verändert sich, das Gefühl verändert sich. Gehe in einer anderen Haltung auch an Herausforderungen dran. Richte weniger Widerstand gegen sie. Widerstand, da wird es immer schwerer. Kommen wir wieder in die negativen Gefühle. Das sind alles diese Stolpersteinchen. Aber wir möchten ja in die Leichtigkeit. Und da kommen wir übers Herz hin. Ist die stärkste Schwingung, Liebe und Freude. Freude ist die am stärksten manifestierende Kraft im Universum tatsächlich. Und die wird als Herzensqualität so oft vergessen. Viele sprechen oder so oft wird immer nur von Liebe gesprochen. Nicht, dass Liebe nicht toll wäre. Sie ist großartig. Sie ist unser Urgrund. Aber die Freude wird häufig tatsächlich vergessen. Die gehört auch zu den Herzensqualitäten. Ja, sehr wichtig. Also in Freude was zu tun. Da wird es wirklich leicht. Das hat jeder, denke ich, auch schon erlebt. Und man kann das immer wieder, wie du sagst, trainieren, üben. Und letztendlich ist es auch die Entscheidung. Also wie wichtig ist diese Entscheidung? Weil wenn ich jetzt sage, morgens schon der Tag, ich bin mit dem falschen Fuß aufgestanden, so nach dem Motto. Dann ist das ja gleichbedeutend mit, okay, da kannst du knicken. Aber habe ich dann trotzdem noch die Chance, durch eine Entscheidung, durch eben so eine Ausrichtung, auch so einen Tag noch zu gewinnen für mich als den schönsten Tag meines Lebens? Natürlich, immer. Auch wenn es abends fünf vor null Uhr ist. Wir haben immer die Wahl. Wir haben immer die Möglichkeit. Und das ist eben nicht schlimm. Wenn ich morgens mit dem falschen Fuß aufstehe und dann pruttet man vielleicht erst mal vor sich rum und dann ist man aber bewusst inzwischen. Man merkt, oh, nee, 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 Moment. Den Misthaufen möchte ich jetzt aber nicht weiter kreieren. Stopp. Ja, jetzt switche ich zurück ins Herzensgefühl, in innere Sicherheit, Geborgenheit, in irgendein positives Gefühl. Und reiße das Ruder sozusagen um. Das ist immer am Tag möglich. Und es braucht wirklich eben auch ein bisschen Übung. Der Kurs im Herzen sein bringt einen da wunderbar mit in Kontakt, auch wie ich abends so den Tag auf null setzen kann, so die ganzen Lasten nochmal loslassen kann, dass ich die nicht in den nächsten Tag wieder so als ungünstige Unterkreationsschwingung wieder mit reinnehme. Und eben auch Know-how, Heiltools, wie kann ich mein verletztes Herzchen heilen und das eben üben, sodass ich dauerhaft in einem positiven Herzensgefühl lande und das eben auch dauerhaft halten kann, nicht immer wieder rausfalle. Das braucht aber einfach ein bisschen Übung. Mit dem Know-how des Kurses geht es sicherlich leichter und schneller. Man hat da die Unterstützung auch über die Videos. Die Bewusstseinsräume und Energien sind genauso wirksam über die Aufzeichnung und können jedem da wirklich großartig beitragen. Und ich habe da mein ganzes Know-how und ganz, ganz viel auch hineingegeben. Ich gebe da auch einen Kurs über bewusste Realitätsgestaltung. Der ist tatsächlich über vier Monate, weil ich auch eben weiß, genauso wie bei der Herzensöffnung, es braucht ein bisschen Zeit, bis man diese alten Verhaltensmuster umtrainiert hat, bis sie einem dann auch auffallen, dass man sagt, okay, stopp, da hänge ich schon wieder an so einem Stolpersteinchen, da hängt noch so ein Anker im Wasser. Es gibt einfach einige Stolpersteine, die wir in dieser Gesellschaft von Kindesbeinen an so gelernt haben und im Prinzip daraus das kreieren, was wir nicht möchten. Wir sind viel zu sehr auf Leid und Problem fokussiert. Wir diskutieren über Probleme, anstatt sie zu lösen. Das ist kein Beitrag. Das kreiert mehr Probleme tatsächlich. Wenn ich mich drei Stunden mit Freunden zusammensetze und wir diskutieren Probleme. Ich weiß nicht, wer da schon mal Lösungen gefunden hat. Ich nicht. Ich habe das auch versucht. Es kamen so Pseudolösungen. Ja, das könnte man mal so. Aber die haben nie wirklich funktioniert. Also es hat nicht wirklich etwas verändert. Das ist die falsche Ebene. Das nimmt man dann auch im nachdenkenden Verstand und im Problem. Und so funktioniert das nicht. Du hast ein Herzchen auf. Positive Gefühle, das sind ganz, ganz wichtige erste Schritte und absolute Grundlagen dafür, das Leben dann so zu gestalten, ganz bewusst, wie ich es gerne haben möchte. Lösungsorientiert. Und im Lösen, da stecken ja so wunderbare Worte drin wie Loslassen. Vom Loslassen zur Erlösung fällt mir ein. Also das heißt, da ist Lichtvoll, Leichtigkeit drin. Das sind alles die Energien und das, was wir fühlen, wo wir gleich sagen, ja, da geht das Herz ja auf. Also in die Richtung zu gehen, ja, das zieht uns ja magisch an. Und jetzt in dieser Zeit, in der wir sind, wird es uns sogar noch leichter gemacht. Jetzt haben wir vorhin ja schon davon gesprochen, dass das natürlich sehr individuell ist. Der eine sagt, ja, ich möchte gerne loslassen. Der andere sagt, nee, das Alte ist mir so lieb. Gib mir mein altes Leben zurück. Wie würdest du das sehen? Wie geht das jetzt weiter? Also die Schwingungserhöhung, haben wir verstanden, gilt ja für alle Lebewesen sozusagen auf diesem Planeten hier. Aber jeder macht es irgendwie anders. Wie werden wir dann in den Gesellschaftsformen, die wir bisher hatten, die ja dann unter diesen neuen Schwingungsenergien eigentlich gar nicht mehr bestehen können, aus meinem Verständnis, wie werden da die unterschiedlichen, ja, Schrittweiten, sage ich mal, dieser Entwicklungsprozesse dann miteinander harmonisch agieren können? Ja, auch da ist mir immer wieder gezeigt worden, ich habe das schon vor vielen Jahren immer mal wieder reingefragt, da ist mir immer gezeigt worden, dass die Veränderung immer zuerst in den Einzelnen entsteht und erste Einzelne treten hervor und werden etwas verändern, bringen eine neue Idee ins Feld, bringen neue Herangehensweisen ins Feld, fangen an, kleine Grüppchen zu bilden, fangen an, dann alleine oder auch als Gruppe an die Öffentlichkeit zu gehen, zum Beispiel in einem nächsten Schritt oder schreiben ein Buch oder machen eine Sendung oder tauchen in irgendeiner Form auf oder machen eine Demonstration oder was auch immer und das inspiriert dann andere. So fließt dieses Fünkchen sozusagen an andere, die sagen, oh ja, hier gibt es eine andere Möglichkeit, die gefällt mir viel besser, da möchte ich mitmachen. Und dass das eben immer raumgreifender wird und eine Gesellschaft, ein Volk so quasi immer mehr durchspült, durchfließt, durchschwingt und immer mehr Leute einlädt, mitzumachen, in das Neue eben zu gehen, in mehr Leichtigkeit, in mehr Liebe. Da geht der Weg ja hin. Der Weg geht aus dem alten Leid raus in mehr Glück, mehr Freude, Leichtigkeit, Liebe, ein liebevolles, mitfühlendes Miteinander hinein. Und das haben wir eben einzeln zu verdanken, Grüppchen, Bildungen und das greift dann immer mehr um sich. Also auch da bekomme ich, dass es leider höchstwahrscheinlich nicht so in einem plötzlich im Volk kippen wird und morgens wachen alle auf und sagen, wow, warum haben wir das nicht immer schon so gemacht, so liebevoll und toll. Ich habe es bisher nicht gezeigt bekommen, aber ich finde, man sollte immer alle Möglichkeiten offen halten. Wer weiß, man sollte diese Möglichkeit immer im Feld behalten. Die geistige Welt beobachtet das auch von oben als sehr starke Eigendynamik. Sie sagen auch, wir können das gar nicht so exakt voraussagen, wann was passiert, wann die kritische Masse genau überschritten wird. Was Sie im Moment mir mitteilen, ist, dass wir tatsächlich ein bisschen schneller sind als gedacht. Das hatte mich zum Beispiel überrascht. Ich hätte es eher gedacht, wir liegen dem Ganzen so ein bisschen hinterher, wenn ich mich so umgucke im Außen. Aber nee, nee, also wir haben wohl schon ganz gute Fortschritte gemacht. Ich weiß, das sieht im Außen nicht überall so aus. Da darf man aber auch nicht vergessen, Achtung, in den Nachrichten, zumindest hier bei uns, auch vielleicht in anderen Ländern, kommen immer nur die Negativbeispiele. Wir hören ja nur Negativnachrichten. Und da kann unser wundervolles, kreierendes Bewusstsein ganz schnell den Eindruck bekommen, es herrscht überall auf der Welt nur noch Not, Elend, Armut und Krieg. Und das ist ja nicht so. Es gibt ja auch viele, viele, viele Millionen, Milliarden positive Beispiele. Menschen, die glücklich sind, die schon ein erfülltes Leben haben, die gesund sind, die im Mitgefühl sind, die in einem liebevollen Miteinander sind. Die gibt es ja auch. Und die blenden wir, glaube ich, wenn wir zu viele Nachrichten gucken, gerne mal aus. Das ist ein kleiner Reminder, bitte nicht tun. Weil wir sind dann auch kein Beitrag. Dann gucken wir wieder in diesen Leidenseimer rein. Kommen wieder negative Gedanken, negative Gefühle. Was kreiert das? Negative Geschehnisse für uns im Außen. Jeder agiert in seinem Bewusstseinsfeld. Und das ist so unsere kleine Realitätsoase. So hat mir Jeshua das mal in dem Maria Magdalena Buch gezeigt, das ich channeln durfte. Da hat er seinen eigenen Erleuchtungsweg auch beschrieben. Und da fiel ihm eines Tages auf, als er auf einem Berg saß und in so einem Tal blickte, dass er wie so Felder um die Menschen herum wahrnehmen konnte. Und er nahm so ihren Bewusstseinsraum wahr. Wie so eine Oase, in der sie ihr Leben kreieren. Und ich kann mega glücklich sein und mein Nachbar ist todunglücklich. Und wir wohnen quasi fast auf demselben Fleckchen Erde und so unterschiedlich kann es eben sein, weil es jeder selber kreiert. Und deshalb ist jeder Einzelne auch wichtig, sagen sie mir immer wieder von oben, schau, dass du in eine gute Ausrichtung gehst, in eine beitragende Ausrichtung. Egal, welche Probleme es auf diesem Planeten betrifft, gehe du immer in das Gefühl und in die Bilder, dass es positiv ist. Also stelle dir jetzt nicht Krieg vor, sondern sei in einem Gefühl und in einer Strahlkraft von Frieden und erlaube, dass das andere inspiriert. Es ist ansteckend, wenn ich in so einem tollen Friedensgefühl an jemandem vorbeilaufe, die sagen also, oh wow, es ist ja unbewusst, aber das möchte ich aber auch. Und da ist schon die Inspiration geflossen. Und andere fangen auch an, sich in diese Richtung zu orientieren. Also so, sagen sie mir, funktioniert das und weicht eben das Gesellschaftsgefüge dann auch von unten raus quasi auf und holt die Menschen aus, aus diesen Verletzungsgeschichten, Leidensidentifikationen eben heraus. Ja, das ist ja auch eine schöne, motivierende Bildgebung, die du gerade dargestellt hast, weil ich brauche auf niemanden zu warten. Ich brauche auch niemanden, der mir hilft, sondern ich kann das selber machen. Und ja, das ist wie der Stein, der ins Wasser fällt, der seine Wellen dann natürlich nach außen hin ausstrahlt. So erzeuge ich eben auch meine eigenen Resonanzwellen. Und wenn die positiv friedvoll sind, lichtvoll, dann ist das das Maximale, was ich schon tun kann. Und habe erst mal mir selber was Gutes getan und damit auch gleichzeitig noch mal im Umfeld. Absolut. Und wer noch ein Problem hat, Frieden in sich zu fühlen oder Liebe, dann nimmt Freude oder Geborgenheit. Also jegliches positive Gefühl ist ein Beitrag. Gerade auch die Lebensfreude. Hey, wie ansteckend ist das? Sie holt die Menschen auch ins Hier und Jetzt. Und all das öffnet wunderbare neue Möglichkeiten. Und genau, jeder ist der Schöpfer seines Lebens. Jeder ist es wirklich. Leider kreiert eben das Unterbewusstsein oft aus der Verletzungsebene mit. Aber ich denke, das ist eine sehr beruhigende, gute Botschaft. Jeder kann sein Leben selber erschaffen und es verändern. Und es ist tatsächlich eine Wahrheit. Unser Bewusstsein ist zutiefst kreativ. Womit möchten wir es füttern? Worauf möchten wir uns ausrichten? Was möchten wir denken? Was möchten wir fühlen? Noch viel wichtiger, die Gefühle kreieren letzten Endes ist die Realität. Welcher Beitrag für diese Welt möchten wir sein? Und wie glücklich darf unser eigenes Leben sein? Sehr glücklich. Möchtest du dein Leben feiern oder möchtest du irgendwo feststecken und dich ärgern oder traurig sein oder unglücklich sein? Oder möchtest du einfach hier eine Riesenparty machen? Weil wir sind unsterbliche Wesen, aber genau diese Hülle hier, die ist jetzt wirklich einmal, ja, wenn ich die verlasse, werde ich wahrscheinlich nicht mehr in genau demselben Körper zurückkommen, sondern in einem anderen Mal oder auf einem anderen Planeten oder so. Und deshalb sollten wir unser Leben wirklich rocken. Es ist feiern, es ist Leben, jeden Moment auskosten. Wir sind nicht hier, um zu leiden, sondern um, ja, um die farbigen Landschaften der Erde zu erleben, um schwimmen zu gehen, Wasser zu spüren, Berührung zu spüren, ja, Freude zu haben, uns auszutauschen, zu kommunizieren mit Mensch und Tier und Pflanzen. Und hey, wie schön ist das denn bitte? Schön, das ist so super, wie du gerade das Bild gemalt hast mit den strahlenden Landschaften. Hast du auch vielleicht wahrgenommen, dass sich genau diese Wahrnehmung intensiviert hat in den letzten Wochen, Monaten, dass also alles noch kräftiger wird und sich unsere Wahrnehmung auch dahingehend öffnet? Das kann sehr gut sein, genau. Dadurch, dass dieser Klebstoff rausgenommen wird, diese ganze Identifikationsebene wird dadurch gelockert. Wahrnehmung kann sich dadurch natürlich verändern. Genau, die Welt kann farbiger erscheinen. Die Farben können tatsächlich mehr Strahlkraft bekommen. Aber auch das ist bei jedem dann individuell unterschiedlich. Mir selbst ist das vor vielen Jahren sehr stark aufgefallen, als ich meine eigenen Traumata lösen durfte. Da hat mir die geistige Welt geholfen, eine Heilweise zu entwickeln. Und als die Traumata oder die ersten dicken Traumata weg waren, gucke ich auf einmal aus dem Fenster, so drei Tage nach Anwendung dieses Tools und mir fiel auf, die Wiese sieht irgendwie viel grüner aus. Die Blumen sind auf einmal so bunt. Ich hatte da tatsächlich durch die Traumata und Verletzungen massiven Grauschleier drauf. Und mir ist auch aufgefallen, dass mein Fokus immer mehr so auf grauen Wolken, Regen lag. Das blieb mir viel besser im Gedächtnis, wie schlecht das Wetter doch immer war, anstatt wie gut. Und das veränderte sich da schlagartig. Auf einmal war alles bunt da draußen. Die Sonne schien überwiegend. Ich dachte, wow, endlich mal ein richtiger Sommer hier. Was ist hier los? Und das kann auch durch diesen Shift vom März genauso gut wieder geschehen. Genau, es kann in feinen Abstufungen geschehen, dass es ein bisschen farbiger wird für diejenigen, die es vorher schon sehr farbig war. Manch einem fällt auch ein größerer Unterschied auf. Manch einer fühlt sich deutlich leichter. Manch einer fühlt sich ein bisschen leichter. Das ist eben wieder individuell verschieden. Und die Wahrnehmung auch im feinstofflichen Bereich, das ist ja auch das, was wir immer wieder gehört haben, dass diese grauen Vorhänge, von denen du gerade gesprochen hast, sich auch in diese feinstofflichen Ebenen eben lichten und durchlässiger werden. Dass immer mehr Menschen eben diese Anbindung wieder entdecken für sich, die wir ja immer schon hatten, aber die eben auch mit dem Schleier letztendlich bedeckt war. Genau, das hat dieses Quantensprungpotenzial gebracht im März. Davon wird wesentlich mehr weggenommen. Wenn der Klebstoff, der Identifikationsklebstoff geht, wie gesagt, raus, es wird leichter. Das ist genau das. Ja, absolut. Schön. Manja, ja, Mensch, was für eine Perspektive. Also ein Frühling, so wie er noch nie da war. Ja, er kann wundler sein, er kann kraftvoller sein. Wir können leichter verändern, wir können leichter kreieren. Wir sind eigentlich aufgefordert, jetzt mehr denn je in unsere Schöpferkraft zu kommen. Absolut, genau. Feiert euer Leben, legt den Grundstock mit den positiven Gefühlen und ja, genießt euer Leben, feiert es. Man kann Realität verändern, es ist gar nicht so schwer und auch du kannst das. Und wer sich da noch Unterstützung wünscht, ich unterrichte es, wie gesagt, die Schöpferausbildung, die Creation-Schöpferausbildung, ist wirklich lustig auch, es ist unglaublich alltagstauglich, wir gehen da richtig in Freude und Spaß, weil das ist, wie gesagt, die am stärksten manifestieren, die Kraft und dann rocken wir unser Leben und jeder kann das wirklich. Schön, Tanja, ich danke dir von ganzem Herzen für dieses wundervolle Gespräch und ja, schön, dass wir das jetzt gerade führen konnten, denn jetzt kommt die Energie des Frühlings und damit natürlich die Schöpferkraft sowieso. Sie sprießt aus allen Bäumen und Sträuchern heraus, lasst sie auch aus uns heraus sprießen. Ich freue mich. Alles, alles Liebe, Tanja und vielen Dank für das wundervolle Gespräch. Ganz genau. Dir auch. Von Herzen danke, lieber Kai. Ich danke allen Zuschauenden, Zuhörenden von Herzen. So schön, dass ihr da wart, da seid. Genau. Und die Natur macht es uns vor. Das ist die Schöpferin Nummer eins hier. Das ist unbändiges Wachstum. Genau. Vielen Dank. Bis dahin. Ja. Ja, jetzt hoffe ich, dass dieser Beitrag dich inspiriert, dass du aufstehst und sagst, ja, ich rocke mein Leben und wenn du Unterstützung brauchst, unter diesem Video sind die Links zu Tanjas Website und natürlich auch zu den Angeboten. Geh raus, entdecke dich wieder selber, komm zu dir und nutze diesen Schiff, den wir haben, denn noch nie war die Qualität der Energie so wie heute und du kannst sie mit deiner Energie, mit deiner Ausrichtung, mit deiner Liebe, mit deiner Lebensfreude, wie wir gerade gehört haben, zu einem noch besonderen Tag für dich heute kreieren. Also, nutze die Chance und ich freue mich auf unser nächstes Wiedersehen. Bis dahin. Ade. Ade.